Oh Gott, der Sturm ist gleich erreicht. Komm, komm. Nein, nein, nein! Achtung, die Hüllen kommen. Ja, ich rufe... Mein Steam Interface hat sich geöffnet. Damit der Sascha sich nicht wieder verläuft. Die Gefahr ist immer da. Ist das hier? Hydrazin. Ich glaube, das brauchen wir, wenn wir... Fahrzeuge bauen. Ich hätte nur gerne noch ein zweites Forschungsobjekt, weil das ist so ein verschwerter Weg, wenn wir nur mit einem zurückgehen. Ja, das ist noch bis hierhin. Ich glaube, wir gehen mal in eine andere Richtung, wo wir irgendwo noch eine von diesen komischen grünen Pflanzen finden. Weil da drunter sind diese... Dinger hier, die ich trage. Boah, das ist schon... ein bisschen cool. Philipp, der Leinverleger, ey. Der Terrorverleger. Ich glaube, da hinten... Wenn wir da hinten reingehen... Vielleicht lass das Ding mal kurz hier liegen. Ich glaube, da könnten wir Glück haben. Da sehe ich... Ach so. Ah, warte mal, hier unten runter. Oder da oben hoch. Warte mal, ich baue uns mal einen Weg da hoch. Hm? Ja, da ist so ein Wobbel... Wobbel, Wobbel, Wobbel. Ja, ja, ja. Ja, oh, da hinten ist sogar... Oh, da hinten ist sogar ein Gemeingefähr. Warte mal, hier ist... Der ist... Der explodiert, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, da ist auch was drunter. Ich bin mir nicht... Ich gucke mal, wir gucken mal. Ich finde, du machst das hervorragend. Du opferst dich für das Team Notfall. Das schätze ich sehr. Das ist hier Hurt Locker Style. So, lass uns nicht hier weitergehen, sondern lass uns erst mal das Zeug jetzt zurückbringen. Wobei, du hast deine Taschen noch nicht ganz voll. Sammel du hier mal das Zeug ein, das Weiße. Hier links ist... Hattest du das gemeint? Genau, das solltest du gleich mitnehmen. Und das Weiße, diese weißen Kristalle, kannst du abbauen mit deinem Staubsauger. Hurt Locker Style, Philipp. Vorsichtig. Ich leuchte dir auf. Okay, ich glaube, dein Inventar ist auch ziemlich voll, ne? Ja. Oh ja, du wirfst schon hinten Zeug raus. Du hast schon zu viel dabei. Gut, dann nimm du das mit. Ich nimm das, was da unten liegt, mit. Und dann bringen wir das zurück und bauen mal diese Fahrzeugstation. Ich bin ja gerade versucht, Dynamit da drauf. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ja, ja, ja. Da hinten, wo es weitergeht, da ist eh was ganz Toxisches. Da habe ich schon diesen grünen Nebel gesehen. Der hat mich schon mal getötet. Jö, okay. Das heißt, da werden wir eh vielleicht ein Dynamit noch brauchen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber cool. Ich finde das so großartig. Da hinten sieht man, wo unsere Leichen liegen. Durch einen neuen, äh, Neuhitz-X am Himmel. Ja, warum denn nicht, ne? Hier ist, aber es ist natürlich geil, wenn du wirklich draußen bist und, äh, dann, also wenn wir jetzt hier unterwegs wären, dann wird so ein Sturm kommen, dann hätte es natürlich echt ein Problem. Mhm. Hm, das ist natürlich die Frage, ob man später sich irgendwie neue Anzüge basteln kann oder so, ne? Könnte natürlich kommen. Ein mobiles Zuhause. Ja, wobei, wir haben ja ein Fahrzeug. Also, wenn wir Glück haben und ein Fahrzeug bauen können, dann kann man sich vielleicht da rein verziehen. Ja, stimmt. Ein Truck, da kann der vielleicht dann auch richtig viel Zeug laden. Ja. Uh, fancy. Fancy Shit. Und ich sehe gerade, die Ressourcen refillen sich. Hier ist an den Stationen wieder ein bisschen Energie in Luft dazu gekommen. Das stimmt. Ähm, so, ich mache erst mal meine Forschung fertig, dann können wir deine nachschieben. Mhm. Oh, wobei, ich glaube, wir haben nicht genug, äh, Sturm. Oh, was ist das? Titan. Oh. Wir haben seltener Titan hergestellt. I like it. Ähm, du kannst deinen schon mal drauflegen, aber wir haben momentan nicht genug Energie und wir sollten unsere Energie eher für die Fahrzeugstation verwenden. Oh, okay. Glaube ich. Äh. Haben wir jetzt eigentlich Aluminium mitgenommen? Ich habe Aluminium dabei, zweimal. Sehr gut. Genauso, das ist genauso viel, wie wir brauchen. Wenn ich es dann reinkriege. Story of my life. Nein, es ist tatsächlich einfach nur draufklicken. Auf diese blaue Bubble. So, echt? Mhm. Erstaunlicherweise muss ich es nicht, weil er sagt mir auch so. Warte mal, ich kann es, bei mir funktioniert es gerade nicht. Vielleicht. Ah, weißt du, was das Problem ist? Hm? Wir haben Aluminium-Erz dabei. Wir haben noch kein Aluminium. Wir haben einmal hier Aluminium fertiggestellt, was wir hier hingelegt haben. Ich bringe das einmal darüber und dann machen wir noch einmal Erz. Genau. Sorry, so. Gut, dann haue ich hier noch einmal jetzt Aluminium. Oh, vielleicht können wir sogar direkt... Kann man die beide umwandeln? Ups. Was machst du denn jetzt hier? So, das. Und das. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir das umwandeln können. Beides. Ja, cool. So, damit haben wir natürlich Aluminium für unsere Fahrzeugstation. Cool. Komm, bin ich schon weiter als in meinem Singleplayer-Spielstand. So, und dann bauen wir die Fahrzeugbucht mal. Shotgun, ich darf vorne sitzen. So ein bisschen interessant aus. Energie drauf? Ja. Das ist natürlich die Frage, wie baut man jetzt ein Fahrzeug? Hm. Verdammt, ein bisschen Saft fehlt noch. Hast du noch? Äh, ja. Sekunde. Sehr gut. Uuuh. Guck mal rein. Oh, ein Rover. Was können wir noch bauen? Ein Truck? Ein Shuttle? Oh, damit können wir sicher einfach einen Planeten fliegen. Äh, cool. Ich denke, wir fangen mit einem kleinen, mit einem Rover vielleicht. Mhm, braucht doch nur Gemisch. Oh, das ist ja easy. Warte mal, ich habe sogar noch dabei Gemisch. Mhm. Als... Oh, aber es braucht eine Menge Gemisch. sehe ich gerade. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja viel Gemisch um uns herum. Und hier liegt wahrscheinlich auch noch einiges. Hast du noch eins? Nee, leider nicht. Bin leer. Jetzt mal, ich komme, ob hier... Ich nehme doch mal, was hier liegt. Äh, das ist Titan. Ah, Gemisch war aber direkt hier vorne, glaube ich. Nee, andere Richtung. Äh, wo wir anfangs waren, uns hingebaut haben, wenn sich da was nachgefüllt hat. Ja. Ich sehe schon, hier ist... Ja. ...wieder alles voll. Alter, haben wir hier direkt mal eine fette Pimpkarre. So, ich habe einmal noch Gemisch. Das sollte reichen. Einmal? Und uns fehlen zwei mal. Verdammt. Zwei, mhm. Da musst du tatsächlich nochmal laufen. Ja. Wenn ich es finde. Alter. Ja, es ist cool, dass wir alles direkt im Umfeld haben. Ähm, beim Singleplayer-Spiel hatte ich ja direkt ein komplettes Höherensystem unter mir. Ähm, das finde ich hier ganz cool, dass wir zumindest die Rohstoffe um uns herum haben. Absolutly. Ich bin auf dem Weg. Und. Perfekt. So, dann bauen wir uns mal einen Rover, ne? Komm, du bist du. Klick aufs Klöpfchen. Okay, okay. Das ist das Klöpfchen. Uh, guck mal hier. Das ist fast wie so ein 3D-Drucker, nur in fünfmal schneller. Fett. Ey, das ist echt geil. Alter, wie geil ist das der bitte? Achte, da muss wieder Energie rein. Okay, warte mal. Ich hab noch zweimal Energie, hab ich zumindest. Vielleicht reicht das. Uh. Oh, ich vermute, der braucht noch einen Top oder sowas. Ist das genug? Das ist genug. Fährt man das Ding? Hier haben wir nicht... Guck mal, der hat das Ding hier auch wieder gefüllt. Jetzt ist die Frage, ob... Ich denke, wir müssen das Hauptding auch nochmal füllen. Hast du noch Energie? Nee, leider nicht. Hier, warte mal. Hier vorne ist direkt. Energie, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Guck mal, direkt um die Vase rum. So, wir lassen mal ganz kurz ein. So, perfekt. That's enough. So, wenn wir Glück haben. Gucken. Ja. Ah, ja. Guck mal hier. Ah. Einsitzer. Ey, wir wollen zwei Sitzer bauen. Was ist das denn? Verdammt. Wir können nur einen Einsitzer bauen. Na gut, dann bauen wir halt einen Einsitzer. Äh, der andere stellt sich einfach drauf. Äh, Gemisch. Wir brauchen wieder Gemisch. Eh, mal dieses Gemisch. Alter, aber der Gemisch ist unser Untergang nochmal. Mach mal eine Mische fertig. Siehst du, wir bauen uns einmal durch den Planeten durch? Ich wollte gerade sagen, wir kommen irgendwo am anderen Ende wieder raus. Ey. Komm mal. Vielleicht sabotiere ich den Philipp. Oh. Geh weg. Geh weg. Ich möchte übrigens anmerken, wir sind seriöse Forscher. Gefangenen im K-Badis-Filie. Wui. Ah, wie geil. Also, ich packe meine mal rein. Vielleicht müssen wir noch was bauen. Vielleicht kann man... Hast du mich jetzt echt den Gaben zurückgelassen, du? Ja, ich baue schon mal den Wagen und haue damit ab. Ich dachte, ich hätte einen Shuttle gebaut, aber er wäre weggeflogen. Oh, vielleicht kann man jetzt hinten dran nochmal einen Sitz machen. Ja, die kam mir gerade auch, weil da hinten ist ja noch ein Slot. Aber nee, es sieht nicht so aus. Aber man kann... Also, ich kann mich reinsetzen. Da hätten wir gleich einen Truck, glaube ich, bauen sollen. Aber warte mal. Ja, ich denke auch. Ja, ich denke auch, wenn du... Don't kill me, please. Steck vielleicht mal den Staubsauger weg. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Kommst du echt nicht drauf? Doch, bleib mal stehen. Okay. Ich dachte, das macht die Physik kaputt. Nee, du darfst dich draufstellen, aber du musst doch mal stehen bleiben und nicht weiterrennen. Bleib mal da stehen. Stopp. Okay. Okay, du fällst runter. Schade. Aber... Alter, das Ding fetzt ja mal richtig. Aber es verbraucht doch eine Menge Energie, sehe ich gerade. Okay. Verladen für uns. Wir brauchen einen Truck. Wir können aber mal hier dein Forschungsobjekt mal fertig machen. Eben noch. Du sagst... Du musst mal ganz kurz seriös durch die Gegend fahren. Ja. Ich guck mal gerade, was haben wir hier bekommen. Erforscht Handelsplattform. Hast du das? Ja, ich habe deine Forschung abgeschlossen. Das ist ein weiteres Modul, was man kriegt. Oh, ich habe mich jungen. Oh Gott, ich habe ein Lieblingsspielzeug. Nicht, dass ich geahnt habe. Aber er denkt da, du fährst unsere ganze Energie vor dem Ding weg. Ach not. Man kann sogar an dem Ding, glaube ich, hinten was dran bauen nochmal. Weil hinten ist nochmal so ein... Hier so ein Ding dran. Jetzt frage ich mich, ob man mit Harz vielleicht da noch was dran bauen kann. Nee, ich kann es nicht anklicken. Ich glaube, das ist nur hier für den Anschluss für den Strom. Okay, schade. Okay, das heißt, unser nächstes Ziel... Oh, warte mal. Achso. Ah, guck mal, der hat das Strom-Ding da. Jo. Nee, das ist kein Strom. Was ist das für eine Linie hier vorne? Das ist der Anschluss für Strom nachher zum Tanken. Das ist quasi der Tankstutzen. Ah, okay, makes sense. Warte mal, packe ich da direkt nochmal. Wobei, wir sollten das Ding mal kurz... Fahrt mal ein bisschen weg, dass wir unseren Fahrzeug-Truck hier wieder aufladen können. Also, dass wir das Modul mit uns gleich mal einen Truck bauen können. Ja, fahr mal ein bisschen weiter weg mit dem Ding. Der lädt nämlich jetzt. Okay, lass mal da stehen. Das ist super. Kann man nur ein Fahrzeug haben? Ah, nee, das Ding muss wahrscheinlich wieder gefüllt sein. Ja. Auch den Saft. Warte mal, ich hol mal eben kurz nochmal Saft. Dann können wir mal gucken, was wir für einen Truck benötigen. Ja, wenn wir jetzt schon so ein Fahrzeug bauen, dann bauen wir es richtig. Mhm. Alter, stell dir mal vor, wir heizen da durch die Höhle unten durch, ey. Schneller als er geht, jede Explosion. Ich habe auf jeden Fall genug gemischt gleich. Also, drei und vier. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Truck. Okay. Was brauchst du denn das Shuttle eigentlich nochmal? Oh, gemischt brauchst du den Shuttle nur? Ah. Hm. Weil der Truck braucht Aluminium. Äh, dann lass uns mal das andere bauen. Lass uns den Shuttle bauen. Why the fuck not. Wie? Ich meine, ich bezweifle, dass man nur mit Gemisch tatsächlich, äh, äh, ein Shuttle hinbekommt. Aber wir können es ja versuchen. Ich würde ja sagen, nein. Okay, das ist so, achso, uns fehlt natürlich alles wieder. Vielleicht sollten wir einfach zurück zur Höhle. Aha, keine Energie. Oh, da gibt es auf jeden Fall drei, eins, zwei, Andockstationen, wo man noch was dran bauen muss. Ja. Wobei, das eine hier sieht aus wie, ja, wo, ach, weißt du, was da rankommt? Hier. Guck mal hier, Hydrazin, Treibstoff. Bin mir sicher, dass die da drankommen. Guck mal. Das passt nämlich ziemlich perfekt, Hydrazin. Warte, ich hab hier auch noch. Ja, das funktioniert nur gerade nicht, merke ich gerade. Oh, ein Sturm, ein Sturm, ein Sturm, ein Sturm. Lass mich erst speichern, dann speicherst du. Also können wir uns vielleicht gleichzeitigen Kapseln setzen? Geht das? Dann fährt nicht fährt. Warte, Auto, Auto, wo ist das Auto? Auto. Lass mich zum Auto. Lass mich zum Auto. Lass mich zum Auto. Please. Please. Lauf, Forest, lau. Gegen den Sturm, ey. Das kann ja nur funktionieren. Oh Gott, der Sturm hat mich durch erreicht. Komm, komm. Nein, nein, nein. Ach, du, die Hüllen kommen. Ja, ich ruf rauf. Ach, mein Steam-Interface hat sich geöffnet. Nein. Okay, ich sitze im Auto drin. Ich glaube, ich überlebe. Wir können das ja mal nutzen für ein kleines Resü. Wie findest du das so auf diesem Planeten? Was gefällt dir? Äh, mir gefällt es, dass ich gerade sicher in einem Auto sitze, um ehrlich zu sein. Oh, der Wagen wird gerade durch die Gegend geworfen. Äh, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob mir das ganz gefällt. Oh, unser Shuttle wird weggeweht. Unser Shuttle, oh, Alter, unser Shuttle weht so ein bisschen hart. Alter, das ist sicher, wie hier ausgeht. Philipp, ich weiß nicht. Oh, nee, doch jetzt schon, ja. Ich weiß, oh, selbst mein Fahrzeug, äh, bei uns so ein bisschen durch die Gegend. Oh, boy. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Kann ich gegen den Sturm anfahren? Ich hau einfach ab. Oh, ich habe hier noch Hydrazin geflogen. Oh, nice. Ja, stimmt. Ist auch geil, ne? Wir sitzen, äh, oh, das war's. Wir sitzen während des Sturms rum und das erste Mal ist einfach, hey, hier ist noch Hydrazin. Ich glaube, ich habe das Hydrazin gerade verloren. Äh, ja, das ist manchmal, wenn du das reinpackst, das funktioniert nicht so ganz. Ich glaube, wir sollten die Teile, die auch drin sind, wieder, ach, die sind alle weg, glaube ich. Ne, du pack das nicht rein, weil das verliert sich leider. Ne, hat er, ich habe... Ja, das geht weg, wenn du es reinpackst, leider. Ne, ne, siehst du das hinter mir? Ja, ja, das kannst du, ähm, wenn du Q drückst, kannst du es... Also packst du aber nicht da rein, sondern packst du immer auf eine Station hier zur Sicherheit. Weil sonst ist es gleich weg. Das ist gerade mit einem Schummer. Dann können wir es besser hier aufbewahren. Äh, ja, und wir haben es zur Sicherheit. Gut, ähm, ich denke, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um hier kurz einen Cut zu machen. Denn, äh, ich habe, äh, so zeitlich passt das ganz gut für die Ausgabe. Gut, äh, wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, äh, dann gebt uns auch einfach einen Daumen nach oben. Ähm, schaut mal beim Philipp auf dem Kanal vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten auf YouTube unter Herr Beutel zu finden. Und, ähm, ja, wahrscheinlich geht es demnächst mit uns beiden, äh, Weltraumdeppen weiter. Bis dann! Und, ähm, ja, wie heißt es? Vielen Dank.